Willkommen zurück zu einer neuen Folge von den Terrorist Town Heute wieder mit 7 Leuten Und schreibt bitte eigentlich mal in die Kommentare Das habt ihr wahrscheinlich schon in den letzten Folgen gemacht Aber wie gefällt euch das, wenn der Detective dabei ist Wie gefällt euch das, wenn der Detective dabei ist Also mir gefällt das gut Ah nein, nicht sagen Ich finde immer ein Like für Dalas Das sind jetzt aber unterschiedliche Meinungen Dardos ist doof, aber Detective ist geil Quatsch Dardos ist cool Dardos ist cool Hallo Ich bin Oh Du bist sofort Faller Der ist auf so ein Jumppad gelaufen Das ist wenig Du bist doch direkt neben dem Fass gelandet Jaaa War das mit mir? Ich bin geil Nein, tue ich nicht Du musst doch mal nach unten gucken und spammen Hallo Dardos, na machst du mich jetzt Ich bin easy snack Dardos, komm Du musst den Mini feiern Spam nach unten Der hat dahinter, die wurde einer gemacht Dardos hat Dardos den gemacht Ja, das ist korrekt, ich habe ihn nur geschlagen Dardos Dardos ist es Dardos ist es Ok, wie viele leben denn überhaupt noch Sepp, du, ich Dardos Ich, Christian Aber nicht zu mir her kommen Ich bin doch Carl Zepp ist Traitor, just saying Ich kenn diese Map nicht Ich sag's nur Dardos 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 Du hast doch gesagt, du bist Schakal Ich habe überhaupt nicht gesagt, du bist Schakal Dardos Dardos ist doch noch da Nein, oh fuck, nein Peter, ich kann dir helfen Ok, wie kannst du mir jetzt sagen Wo bist du denn hin? Alles gut So? Ich kann dir vielleicht nicht mehr so gut helfen Dein Ernst Dein Ernst Pass auf Zeitlupe Ne, ne, mach das mal nicht Was ein Wechser Ich bin doch schon in der Küche drin Oh Mann ey, wieso kommt die erste Person Ich bin da runtergesprungen Dardos hat mich zum Sidekick gemacht Wollt du benutzt das, um mich zu töten? Warte, ich hab da auf Dardos höchstens geschossen Du hast mich gekillt, während ich dir was zeigen wollte Ne, 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 ne Dardos hat angefangen Du hast mich getötet Alter, die sind dann auf Dardos geschossen Scheiß Gulli Deckel, Mann Ich dachte, du hättest ein Item benutzt, weil irgendwer gelabert hat Also ingame Wollt ich dir schön zeigen, wie man das macht Ne, ich hab einfach nur Zeitlupe und dann runtergesprungen Alles klar Ok, wohin gehen wir Ich geh dir vor Moin, was ist denn unsere Mission? Weiß ich nicht, bündel Tipsipsipse Ne, ne, ne Alle Bösen wegrotzen Na, das ist ne gute Idee Moment, weißt du? Hey Peter, ich glaub die sind da, ne? Ja, ich weiß, die sind mir gerade schon entgegengekommen Oh ne, das kann ja noch nicht sein Ich wollte euch bei allem nicht verfolgen Hey, bleiben sie mal stehen, ne? Haben sie ne Waffe dabei? Wir können die Leute durchsuchen Aha Und jetzt? Ich wurde beschossen by the way Geh weg Nein Der Schaf kommt Mama Okay Wo kam denn der Schaf her? Mama Oh nein, der Schaf kommt Der Schaf kommt Dalu Dalu, ich hasse dich Dalu Dalu, du bist halt so safe Ja, isser auch Warum bin ich es jetzt? Weil... Warum... Du ärgerst uns immer mit der Scheiße Ja, alle anderen wohnen vom Schaf Alter, wir sind hier zwei Schafen, ja Ey, wir brauchen unser Sulu-Squad wieder zusammenführen Hey, ich bin immer noch da, wo wir gerade alle rein wollen Peter steht hier auch noch Alter, das wird uns dagegen Ich bin quasi so gut wie tot Na, alles gut, wir können den Sulu-Squad zu dritt machen Keine Ahnung, ich krieg gleich nen Shot in den Hinterkopf bestimmt Weiß nicht, auf Jay vertraue ich Aber Peter gibt es da glaub ich jetzt aus dem Okay, dann geh ich Aber dann sterbe ich sofort Pass auf, da ist noch jemand irgendwo Ja Ich hab keine Ahnung Ich verstehe immer noch sehr Mein Blut wird an deinen Fingern kleben Bram Jawohl, weiter geht's, komm Mein Blut wird an deinen Fingern kleben Ja, warte, hab ich mich weggeschickt LOL HULT! WOLT! 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 Wir gehen, komm wir gehen hier runter Okay Ich will jetzt zu den Strippern Okay Ja genau, wir gehen jetzt zu den Strippern Wir gehen jetzt zu den Strippern, liebe Trader und Jakar Kommt man denn hier runter? Ich weiß nicht mehr wen ich vertrauen kann und wen nicht Ich bin auch WOLT! Okay, Christian ist auch Sulu Squad Partner Da Christian Moment, du könntest Jakar mit der Eile sein Nimm die Zeit im Mist Er könnte Jakar oder Sidekicks sein Ja Alter, das ist doch scheiße Egal, gerade ist alles weg Ja okay Du könntest auch Trader und Jakar sein Ja das stimmt, aber Wir sind cool Trader ist ein bisschen aufgeregt Ja nach der Situation Oh da hat grad wer gekauft Dann war das Dardosch Warte ich hab grad ne Waffe Hier liegt ne Shotgun unten Ich habe hier grad ne Waffe gefloppen Ich habe hier grad ne Waffe gefloppen Okay komm Soll wir irgendwann mal anfangen einfach Hör auf Wir randomen Dardosch Wir randomen Dardosch Oh nein Dalu, Dalu ist hinter euch Dalu ist es mir schon klar Was ist denn jetzt hier los? Dalu ist hier oben am Dach Dalu ist hier oben am Dach Warum bin ich es denn jetzt? Ja weil du mit Tönt ihr ihn doch Tönt ihr ihn Tönt ihr ihn Lass uns ihn lächer Dut Okay Bram ist es auch Moment aber Jay muss ich wieder beleben Moment warte mal ganz kurz Moment Ah ne 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 Ja jetzt nicht schießen Ja ich schieß einfach auf alles Ja warum denn?! Weil hier nur noch böse Menschen leben Ja natürlich! Ich bin nicht hektiv alter Die sind genau da Nein Moment Jay Jay Du hast mich enttäuscht Ich hab hier einfach runter geballert Ja du kommst halt daher Warum machst du die alle? Ich muss doch Jay erst retten. Du hast mich auch weggeschossen mit dem Zug. Ich bin sehr enttäuscht. Moment, ein Traitor-Kill dann. Bram hat minus 10 Punkte. Alter, wie wir uns alle wegen dem Scheißding... Ach, deswegen hast du auch nicht dann reingeschossen wegen Bram. Auf die Idee hätte ich mal kommen sollen. Dann hättest du ja auf jeden Fall ein neuer Kill gehabt. Ja, stimmt. Scheiße. So weit habe ich nicht geschaltet. Wie guckt man eigentlich aus diesem Tuff hier wieder raus? Ich werde es nicht verraten. Gar nicht. Okay, dann bleibe ich einfach hier. Nach oben gucken und E drücken. Oh, ich bin jetzt schon wieder an der selben Stelle deswegen gestoppt. What? Gott sei Dank bin ich Priester. Vor der Tür nach oben gucken und E drücken. Oh, Scheiße, das ist ja klar. Nein, das geht nicht. Alter, ist einer gestorben. Gut, der ist Second Chance. Der ist tatsächlich Trailer. Ich habe ihn aus Versehen getötet, weil ich nur einen Freerunnerspruch auf sein Genick gebracht habe. Aber der andere da oben ist gestorben von der Bombe. Peter, das tut mir leid. Ja, ich. Ich bin Detektiv. Ach, du bist wiederbelebt worden. Ja, ist doch gut. Er ist der Trailer. Ja, das war ein random, man. Ey, Peter, das tut mir mega leid. What the fuck? Peter, deine Prozente haben auch nicht gecheckert. Oh, shit. Oh, shit. Oh, ist das schlecht. Moment, geh weiter weg, Sepp. Warum? Ich wollte doch nur auf Breda landen, um ihn zu ärgern. Auf Breda? Auf Breda. Seit wann kann man denn jemanden wieder töten? Das hat zur Ewigkeit nicht mehr funktioniert, Dalu. Das geht schon immer. Das geht schon immer. Echt? Oh. Ich brenne seine Leiche ab. Weg da. Ja, Jay wollte das doch jetzt machen hier. Okay. Okay. Du bist... Oh, lol. Sepp hat ne Combustion. Ne, ne, das war Christian oder Dalu. Ich hab die Leiche abgebrannt. Das habt ihr ja gesehen. Ja, das hab ich auch gesehen. Aber irgendwann hat ne... Okay, wer war... Keiner redet mehr. Was war das denn? Wer war das? Wer hat das Ding in der Hand? Ich weiß es nicht. Dalu hat die Pippi in der Hand. Von oben. Von dem, von dem Wasser-Ding. Ja, ich hatte Pippi in der Hand, Mann. Ja, dafür wurde ich auch schon erschossen heute. Achso, ja. Danke nochmal. Geht jetzt hier ab. Was ist denn das? Dalu, was machst du da oben? Dalu, wie sicher bist du dir, dass die Lämmen von dem kamen? Die Lämmen... Ich dachte, Sepp hat sie an Jay vorbeigeworfen. Das ist das, was ich... Ich bin kein Freerunner mehr. Jetzt hab ich's gecheckt. Warum hast du die Hand denn gedroppt? Dadosch? Was geht ab? Ich beobachte dich. Ja, am Arsch. Wie am Arsch? Ne, 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 dein Gesicht. Ich hab ganz Angst, dolle Angst, dass du das bist. Hey! So nicht, mein Freund, ja? Ich hab Dadosch gekillt. Ja, kann das... Du, krass. Das ist so krass. Er war übrigens Jackal. Er war Jackal und es gibt noch einen. Und zwar ist es Dalu. Nevermind. Es ist Chris. Sorry. Was? Was? Christian... Hä? Wie soll das denn gehen, du Spatten? Ich glaub, ich glaub, er hat ihn bekehrt, Christian. Okay, also... Die haben sich wahrscheinlich gegenseitig wieder bekehrt. Moment, also nochmal kurz zur Zusammenfassung. Bram ist böse, Dadosch ist böse. Dadosch, nicht snipern hier. Mach ihn mal weg, genau. Ich war da alleine, ich muss ja irgendwas sagen. Das war so geil. Dadosch ist der andere... Ja, ja, du hast mal geguckt. Scheiße, hab ich ja getötet. Wegen Dadosch, aber der war ja dann Trailer. Und dann... Warum sollte der denn einfach... Der kann auch lügen jetzt. Sorry Dadosch. Peter, das tut mir so leid. Ja, das war meine Schuld. Whatever. Das war meine Schuld. Mit dem Free One hat Peter ein Genickchen gebrochen. Ich hab aber... Kannst dir vorstellen, wie du mich geguckt hab? Ich wollte einfach auf deinem Köpfchen landen, ohne dass du das mitkriegst. Bin ich von etwas zu hoch gesprungen. Kann mir jemand sagen, wie ich hier aus der Live-Show rauskomme? Ja, bezahlen, hab ich doch gesagt. Ähm, am... Genau, beim Fenster. Bei der Fenster oben rechts ist so ein Schaltbedienfeld. Ja, genau. Hallo. Hi Jay. Warum läufst du mir jetzt hinterher? Ich lauf dir nicht hinterher. Ach so. Na dann. Das ist das. Das ist das. Oh Gott, wie viel... Aua. Peter! Peter! Oh Gott! Oh Gott, ganz viele Bienen! Draußen! Okay. Ja, ja. Not the beast! Not the beast! Okay, okay! Wer hat da geschossen? Ähm... Jay, lass das! Ja, ich will halt weg! Da steht Sephius Trader. Okay. Da ist denn der Random Tester, Sephius Trader. Was heißt das? Da, Lu! Hier ist jemand gestorben! Äh, warte einen Moment. Kann sein... Wer hat der Dete das genutzt? Es gibt einen Jackal! Mit Sidekick! Es gibt einen Jackal mit Sidekick! Der Dete kann einen Random Tester nutzen und dann wird random ein Spieler sozusagen, halt wirklich gescannt. Das ist wie ein... Lügst du jetzt, Alter? Nein, der Dete kann das, aber... Nein, der Dete kann das, aber... Ja, ich hab mir auch gefallen, ob der Dete das gemacht hat. Bramman ist einer. Wer ist denn jetzt hier böse? Irgendeiner ist noch Jackal. Irgendeiner ist noch Jackal. Bramman ist Traitor. Ja, das ist ja nicht verwunderlich beim Mannhex. Das ist absolut korrekt. Wer ist denn jetzt der fucking Jackal? Ey, dann warum spawn ich denn immer? Moment, Dados, bist du der Jackal? Junge, ich bin Detective von gerade wiedergekommen. Ja, aber der ist auch Jackal. Nein, kann er nicht. Bramman ist der böse. Ja, Bramman ist Traitor hab ich doch gesagt, Mann! Alter... Nein, Bramman ist Jackal. Nein, er ist Traitor. Ich bin jetzt... Ich hab's doch gesehen, er ist Traitor. Dalu, lebst du noch? Ich lebe noch. Was bedeutet... Ja, Christa auch, oder nicht? Hier ist ne Leiche, weil ich identifiziere mal eben. Christa ist innocent. Okay, das heißt, Sepp und Dalu... Aua, ich werd beschossen von hinten! Jey, du kannst alle abschießen! Jey, du kannst alle abschießen! Jey, du kannst alle abschießen! Außer Dados, oder was? Ja, natürlich. Nein, Jey ist aber explodiert! Na, sieh mal an! Okay. Wer ist der übel Traitor? Du kleiner scheiß Jackal Dalu, ey. Ich bin nicht Traitor. Dalu ist Jackal, Sepp ist Inno. Das ist gelogen. Ja, ich bin doch gerade wiederbelebt worden, Apfel. Ja, du lügst natürlich, weil du Traitor bist. Damit die Leute mich erschießen... Oh, von hinten wieder! Nein! Ähm... Wieso ist ein Bram schon wieder da? Oh nein! Alter! Sorry! Dados! Dalu... Dalu ist böse immer noch! Ich hab Aus Versehen. Hey, Dalu! Dalu, ich hab's ein Problem. Ich bin in nem Ort, wo ich nicht mehr wegkomme. Natürlich kommst du da weg. Hier, einfach hier durchgehen. Tschüss! Ah, Dalu, da kann man einfach durchlaufen. Ah, ist ja nice. Wer ist ein Böser? Wusste ich nicht. Dankeschön. Du kannst Dalu wegmachen, Bram, ne? Der ist Jackal. Hallo! Ja, das glaub ich nicht. Nicht tun! Ich will dir doch helfen, mein Jay! Da mach... Da, die ist er! Und? Ah, ist aber nicht geholfen. Oh, jetzt keine Hilfe! Ich hab die Chance gegeben. Mann... Ich war nicht überzeugt. Oh, da kann man nicht drüber fliegen. Ja, ist doch ganz schön nice, Alter. Richtig cool. Richtig cool. Dalu ist wieder gefunden. Der ist getillt worden von dem... von... von Tommy. Was sagst du dazu, Dalu? Jarvis oder Lee Jones? Gart, wo bist'n du? Kein Radar? Doch, aber du rennst ja trotzdem die ganze Zeit. Da bringt der mir nix. Das stimmt. Ich versuch's zumindest. Du lebe ich halt einfach so. Peter wieder. Das kann mir jetzt die Fahr sein. Tschüss, Frosty! Hey, Frosty! Hey, Sam, du hast grad deinen Kumpel umgebracht. Und du faszinierst. Und du faszinierst. Du faszinierst. Und du faszinierst. Und du faszinierst. Ich hab grad noch... Ich war grad noch so schön am chillen. Und dachte mir so, shit, jetzt muss ich wieder... Nee, und das war's. Ich hab so... Okay, da legst du... Und dann gehst du dahin. Dann hab ich dann angefangen zu definieren. Und dann... War... Dann dachte ich auch so, yo, alles gleich. Ist ja alles wieder super. Ich hab auch nix gemacht, weil ich gedacht hab, okay, erstmal Dalu killen. Nur der Bram, der wird schon wissen, was er tut. Bram ist einfach... Bram ist Dark Jesus einfach. Aua! Wer war das denn direkt hier? Dalu hat mich direkt angeschossen. Nein, ich bin oben bei Bram. Ja, du hast mich trotzdem direkt angeschossen. Ich hab nicht geschossen. Sie haben ne Schoddi. Mit der Pistole hast du auf mich geschossen. Ich hab noch keine Pistole. Oh shit. Ganz ehrlich, diese Dinger, die einen hochschicken, die sind Killer. Ja, die... Ja. Die haben wir in der ersten Runde abbekommen. Laufen. Da ist er gestorben. Okay, Bram hat gerade Dalu gemacht. Ja, okay, das war Bram. Mit der golden Diegel, sorry. Find ich gut. Bram ist es, Bram ist es, Bram ist es, ich bin Kopfgeldjäger. Ich bin Detective, Alter. Ach so. Alter, Jell. Alter, ich bin Kopfgeldjäger, Mann. Bist du bescheuert? Ja, soll das was Gutes sein, Kopfgeldjäger? Nein, aber ich wollte doch nur... Ich hab... Ich guck doch da... Ja, tut mir leid, Dalu. Ich wollte eigentlich... Nee, das war auch richtig. Das war auch richtig. Dalu hat auf mich geschossen. Ich bin fair. Ich wusste ja nicht. Dalu hat auf mich geschossen. Das war alles richtig, Bram. Ja. Es könnte auch sein, dass er Jackal war oder nicht? Also vorher die golden Diegel gekauft und dann Jackal. Wer heilt sich da gerade hoch? Nee, so schnell geht das nicht. Ich war... Ich hab ja durch dieses Ding... Ja, Bram belebt gerade den Traitor wieder. Ja. Wollen wir gegen was tun? Schon wieder? Warum das denn? Da ist er. Aua! Warum? Christian ist es, Christian ist es. Bram hinter Christian. Da ist Christian, wenn du weiter gehst. Okay, komm her, komm. Ja, er hat ihn gerade gemacht. Ach, Bram, ey. Christian ist der andere böse. Ei, ei. Können wir doch nicht einfach Dalu wegnehmen. Jetzt lebt Dalu wieder? Und Christian? Nee, nee, der ist gestorben. Nee, nee, Dalu ist tot. Okay. Haben wir noch einen Jackal am Stüssel oder nicht? Also, Sepp hat mich nicht abgeschlossen die ganze Zeit. Ja, aber weißt du das denn? Deswegen vertraue ich ihm. Ich glaube, weil du bist einer. Weil ich einen kaufen gesehen habe. Oh. Bin keiner. Ich hab dich auch nicht getroffen. Das ist Christian. Hab ich ihn gemacht? Scheiße, ich weiß das nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, Moment. Wenn er, wenn er ihn gibt, dann ist er, dann ist er Jackal. Warum sollte er sonst fragen? Nein. Doch, sonst, das hat keinen Sinn ergeben. Nein. Christian ist Trader und lebt wieder. Ah! Jetzt ist er tot. Okay, okay. Haha, nice. Sagst du, du gehst weg. Nee. Dalu, du hast am Anfang auf mich geschossen, oder? Nein. Wer konnte der, wer hat auf mich geschossen am Anfang? Egal. Ich nicht. Ich war, also muss es ja Dalu gewesen sein. Genau. Dalu ist der Wester. Gibt dir jetzt nur nicht zu. Huch. Das war halt. Genau. Ich hab geschossen. Ich hab aber gerade in den Chat geschrieben. Ach, hast du? Ich hab, bevor die Frage kam, hab ich in den Chat geschrieben. Ich lüg jetzt mal. Guck, wie er reagiert. Als wenn einer den Chat hier liest, Dalu. Nein, nicht unter euch. Nein. Für die Zuschauer. Ja, ja. So, okay. Moment. Ich werde randomen. Also ich wusste... Ey! Peter, du... Peter nicht. Nein, 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 nein. Peter ist Detective. Peter hat nichts gemacht. Irgendjemand... Wieso sagt J. Peter? Ich bin Detective. Weil er wieder mal verwirrt ist? Ich mein, auf der letzte Runde hat er mich auch als Detective angecrollt. Kann mir mal sagen, wo er eine Deal gelegt? Ich hätte gerne eine. Ach guck mal! Hier liegt eine Leiche. Ja, J wahrscheinlich. Aber irgendjemand als Peter verkleidet hatte... Lol. Nee, er war einfach Trailer. Also ich würd den sogar... Der wollte dich blämen. Na, guck die Leiche mal genau an. Steckt da ein Messer drin? Wenn in der Leiche ein Messer drin steckt, wurde die Rolle getauscht. Du kannst... Das Messer geht nicht weg. Nicht, dass ich sehe. Kann die überall drin stecken oder hat die einen bestimmten... Das Messer ist aber riesig. Du würdest es sehen. Dalu? Ja? Geh mal wieder zurück. Ey? Ein Stückchen weiter, jetzt bleibst du stehen. Nein. Bleib doch mal stehen. Ja. Oh Mann, ey. Jetzt hab ich's verkackt. Das hätt sie auch mal zeigen können. Ja, ich war ja hier oben. Nee, nee, so nicht. Da bist du ja logischerweise. Ja. Logischerweise. Logischerweise. Alles gut. Alles gut. Aber denkst du wirklich, er hat's verkackt? Das weiß ich halt nicht. Vielleicht. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, das aufgrund meiner Wiederbelebungsexen... Gnade weiten lässt oder was? Gnade vor Recht. Gnade vor Recht. Heißt das doch immer. So, wo seid ihr geilen Schweichern? Ich bin der Detektiv und kann überhaupt nicht detektivieren. Ich beschütze Jay, damit er nicht wieder blieb wird. In der 3 ist der Mülle einfach. Ach, die sieht aber... Der Mülle sieht nicht so schlecht aus, der Mülle einfach. Ne? Oh ja. Ich frage mich, wer Jay gekillt hat übrigens. Das ist echt faszinierend. Ich bin immer... Ich würde immer noch gleiche sehen. Vielleicht hat er sich mit Dardosch gekebbelt oder so. Nein, Dardosch. Wir verziehen uns jetzt mal. Wir beiden privat und helfen davon. Oh, guck mal mit. Oh ja. Oh! Sepp! Moment mal Sepp! Komm mal ganz kurz! Pau rein, Peter. Wie soll ich denn hier wieder rauskommen? Hahaha. Du bist so entspannt, ne? Hahaha. Der Detekt ist außer Gefecht gesetzt, Leute. Das ist was Gutes? Keine Ahnung. Für manche Leute ja. Warum denn? Okay, warte. Ich habe vielleicht eine Idee. Habe ich eine Granate dabei? Ich kann dir helfen. Nein, habe ich nicht. Ich komme wieder hin. Wie kann man den außer Gefecht setzen? Indem wir ihn in den Müll geschmissen haben. Der Müll ist so in der 3. Peter, warte. Ich bin gleich da. Peter. Peter, ich rette dich. Warte. Ich rette dich und opfer mich. Okay. Wie soll das gut aussehen? Nicht zurück verwandeln. Ich wurde angeschossen. Peter. Geh raus und töte ihn. Peter. Peter. Verwandle dich. Verwandle dich nochmal. Verwandle dich. Okay, warte. Verwandle dich. Und los. Hol ich dir das dein. Hast du ihn? Warte, wir zullen uns mal. Zalu, ey. Das hast du aber fast nicht gekriegt, ey. Was war denn das geiles? Das wär Next Level gewesen. Wär cool gewesen. Hol in dir. Hol in dir. Hol jetzt, Junge. Hab mich grad an so einen geilen Move aus Dragon Ball erinnert, ey. Peter war nur in einem Pokéball. Ich wollte dir jetzt auch gerade in den Chat schreiben für die Zuschauer. Ich werde jetzt random killen und gucke, wie reagiert wird, ey. Dann kommt Sepp und schießt mich über den Haufen. Voll geil. Als der Peter, ey. Zalu, du kannst doch einfach mal stehen bleiben, ey. Dann machst du den nächsten Schritt noch, ey. Dann, du hättest dich zeigen können. Dann hätte ich dir vielleicht getraut. Ich hab dich aber nicht gesehen. Ja, ich hatte so eine sneaky Position. Die war mega cool. Hätte ich dich gesehen, dann hätte ich vielleicht gesagt, okay. Hast du wieder Peter hier? Nee, ist Jay. Nee, nee. Und Bram. Pass auf, ich hab ne goldene Diegel. Wo ist Bram? Ich such Bram. Ich bin innocent. Warte mit mir, ich bin hier oben drauf. Was willst du jetzt genau von mir? Wo bist du? Wo bist du genau? Zeit! Ja, genau! Nein! Geh du nicht mehr. Komm, bist du? Er hat aber auch nicht gesehen. Peter! Peter ist es! Peter ist der andere! Hey, wieso nicht? Ja, weil ich bei dir bleiben möchte. Peter ist der andere! Habt ihr das gehört? Ja, wo ist der denn? Und Deinisch ist es auch? Ja, das weiß ich nicht. Nein! Sicher? Weil er Sepp getötet hat! Boah, wie sicher bist du dir dadurch, dass du dich bist? Hundert Prozent! Na ja, okay. Vorher ist ein Bad! What the fuck? Ah, du lebst noch. Ich geh bei dir bei dir. Ja, da ist er rein, Dalo. Schön vorsichtig sein da jetzt, ja? Sepp ist irgendwo? Alles klar, sehr gut. Warte mal, warte mal. Aber weißt du, dass er tot ist? Weiß ich doch nicht. Da wird getrunken. Zweimal, aber nicht. Nee! Sorry, sorry! Oh, scheiße! Weil du getrunken hast! Du hast getrunken, oder? Ja! Ja, geil! Ich dachte, du sagst Trader! Peter ist im Fritten-Shop! Peter ist im Fritten-Shop! Hast du nicht so ein Hälft-Ding für uns beide, weil ich vielleicht inkompetent war? Wo ist der? Peter ist im Fritten-Shop! Unter dir, Dalo! Ja, da ist er reingegangen! Der Schlingel! Äh, links! Oh! Das war's da wohl für Dadosch! Ich war das nicht! Oh, scheiße! Oh, shit! Gib mir mal ne andere Waffe, bitte! Danke! Oh Gott! Bist du nicht als Kopfgeldjäger auch sehen, wo ihr seid? Wieso hab ich das beim zweiten Mal wiederbeleben dann nicht? Alter! Alles klar bei dir, Jay? Ja, alles super! NEIN! Oh Gott! Okay! Loll! Verlust doch deine Items-Spieler, wenn du wiederbelebt bist! Oh Gott! Last-Round jetzt! Oh Gott! Aber mein Dingens hab ich wiederbekommen! Ja, manche sagen, kriegst du zurück! Krise, ey! Okay, das war ne witzige Runde! Ja, ja! Hast du deine Schuld, du! Gegen Science hast du keine Chance! Bäh! Gegen die Bildung machst du halt nix! Ja, genau! Gegen Bildung ist unsere tödlichste Waffe! Ja, auf jeden Fall! Oh, war das, Jay? Oh, das war jetzt echt mega blöd, Dalu, ey! Dass du da getrunken hast! Ich dachte halt, okay! Da haben wir jetzt gerade gegenseit! Ja, weil ich hab gedacht, du wärst ein Traitor! Oder? Ich hab... Da achte ich ja dann nicht drauf! Da waren über Leid... Okay, nicht schießen! Nee, kommst du nicht weiter! Oh fuck! Nicht schießen! Was bist du? Okay, pass auf! Wir machen den Angriff, Squad! Warte! Ich suche einen! Achso, okay! Den noch... Dahinten! Oh, Moment! Los! Nicht zurückgewandeln! Oh nein! Eigentlich schade! Ich hab jetzt neben den Fass gelegt! Bram, bleib in dem Fass! Bleib in dem Fass! Nicht rauskommen! Wo bist du hingeflogen? Muss ich dich holen? Wo bist denn du? Da unten! Mach dich bitte! Ein Diegelshot! Ein Diegelshot, den du gedrückt hast! Ein Diegelshot! Ja, Dalu war wirklich böse... Ja, und ich hab mit Bram gespielt! Aber er war Traitor! Alter, das war einfach wie am Ende! Das wusste ich nicht! Ich hab halt den einen Diegelshot gesehen! Hat der auch nicht überhaupt nicht ganz laut besagt! Ich war hinter dir! Ja, dass er mit Bram gespielt hat, kann er trotzdem sein! Er kann auch währenddessen trotzdem einen Diegelshot auf irgendwen erschießen! Wir fassen zusammen, dass Dalu trotzdem böse ist! Ja, Dalu ist Traitor! Ja, ja! Und kein Jackal! Das war Fehler von mir! Wer ist er denn? Das weiß ich nicht! Er lebt wahrscheinlich wieder! Er ist wieder gelebt worden! Da! Einer steht neben mir! Aua! Ich hab mich selbst! Ich glaub ich töte mich damit selbst! Oh mein Gott! Hau rein! Hilfe! Komm nicht hinter mir her, bitte! Wer denn gerade hier am Arbeiterase versucht auf mich zu schieben? Okay, ich bin oben da, Dosh! Auf dem Dach jetzt! Okay, Moment! Ich komm wieder hoch! Oh Gott! Ich töte mich! Ich verteidige dich! Okay, sehr gut! Warte, ich komm! Ich kann mal gucken! Wo bist du denn? Auf dem Dach mit der Luke auch! Oh Leute! Warte da! Das bist du, ne? Ich bin gerade umgefallen! Ja, ja! Okay, Jungs! Jetzt geht weiter! Dalu ist beim Stripper Club drin! Ja, wo auch sonst! Ja! Ja, das ist schon mal gut! Ich schieß mal mal! Warte, warte! Und jetzt! Kämpfer ist um die Ecke! Dalu, ich hab Radar! Bring dir nix! Ich geb mal 25 Prozent! Au! Hallo! Ja, okay! Komm, ich räche dich! Vielleicht! Moment! Ja! Warte, das hat nicht geklappt! Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt hab oder ob der Dead Ringer von ihm angegangen ist! Wuhuhu! Was passiert jetzt? Ich bin, ich glaub gefahrt gatt worden! Ja, weiß ich nicht! Ich bin halt weggerannt! Ich bin halt weggerannt! Ich fliege! Ich fliege ewig! Er lebt wieder! Dalu lebt wieder! Dalu lebt wieder! Ja, wie oft das bei dem Team hört! Ja! Aber auch bei mir! Dalu lebt wieder! Du hast eben mit... So, ihr Second Chance, die dritte! Oh, da ist gerade jemand gestorben! Am Bitterium! Moment, drei! Hallo! Na, was geht ab? Na, hallo! Alles gut! Ha! Sind wir die Einzigen bei dir noch leben? Nee! Ich hab immer noch einen Second Chance Kampf! Ich hab mich jetzt schon dreimal wieder belegt! Ja, ich auch! Macht halt schon, wa? Kann mich mal kurz jemand wieder auf das Ding darstellen? Wer ist denn der andere... Achso, Sepp ist der andere Trailer gewesen! EES! NEIN! Warte! Ich bin weg! Was geht ab? Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich hab kein Leben mehr! Was war das denn für'n Geräusch? Alter, ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin! Warte, geht ab da! Mach den doch mal weg! Kann ich nicht! Ich bin grad irgendwie fassungslos! Oh Gott! Oh Gott, du bist ein scheiß Fass! Nee! Ich bin ein geiles Fass! Oh, hey! Nee, da ist er! Nee! Nee, nee! Na, was mit denn dann? Na, ey! Einer steht aufm Balkon und einer steht obendrauf! Mann, warum sagst du das denn, du Idiot! Alter, ich bin doch noch der Detektor und auf deiner Seite! Ich wollt' dich aus der Fassung bringen! Wo bist du ein scheiß Schakal! Okay, wir müssen schnell hinsprungen! Der Liebe! Oh, okay, das war nix! Moment, da müssen wir nochmal machen! JEEZT! Alter, wo ist dieser Weg? Wuhuhuhu! Einer ist aufm Dach! Ich weiß noch nicht wer! Ich kann's grad nicht sehen! Ah, Dalu! Dalu steht bei Tourist Roof! You see me rolling! Haaa! Wie viel Spaß kann ich mit dem Fass haben! Sag mir, wo der andere ist! Was? Scheiße! Nur! Moment! Wenn du mich jetzt nicht tödest! Komm, Moment mal! Oh! Da hat mich gerade einer angeguckt! Genau gesehen! Ich weiß! Wäre echt geil, wenn ich auf einen drauf falle, der dann einfach stirbt! Hast du doch eh nen Radar, Dalu! Loll! Da oben liegen bleiben! Ähm! Frage ist, gucken Leute eher an mir zu, weil es interessanter ist, um Fass beim Fall zu und so, wo er euch beinnt! Ey, wieso rang Dalu die ganze Zeit auf? Rollin! Ich hab'n Schott gedrückt hier! Wird's langweilig! Ich hatte Glück gehabt! Filet warst du jetzt noch da, Dalu! Ach, Mann ey! Ich brauch deinen Arsch, ey! Dalu steht da neben mir, Jay, falls dich interessiert! Ja, ich weiß nicht mal, wo du bist! Oben auf dem höchsten Dach mit der Lupe! Äh, nicht mit der Lupe! Mit der Lupe, meine ich! Hi Dalu! Alles, alles fresh imacted! You see me rolling! Nein! Mann, wieso siehst du denn einen so easy? Das geht ab! Warte kurz! Ich hab Zeit! Jaja, okay, ich auch! Du Penner, was wird das? Tu's nicht! Komm, wo bist du? Nein! Lass es! Nein! Nein! Alter, ey, der Second Chance-Duell war da dumm! Alter, die nächste Runde ever! Und ich wurde nochmal wieder flippen! Gott, da bin ich wieder rein! Dalu ist ein Scheißlager! Vielen Dank fürs Zusehen! Haut rein! Bis dann, ciao! Ciao! Ui!